Es ist ein großes und schönes Schauspiel, wenn man sieht, wie der Mensch durch seine eigenen Kräfte gewissermaßen aus dem Nichts hervortritt, wie er durch das Licht seiner Vernunft die Finsternisse, womit ihn die Natur umgeben, zerstreut, wie er sich über sich selbst erhebt, sich mit dem Geiste bis in die Himmelsgegenden schwingt, den ganzen Raum des Weltkreises gleich der Sonne mit Riesenschritten durchläuft und, was noch größer und schwerer ist, in sich zurückkehrt, um da selbst den Menschen kennenzulernen und seine Natur, seine Pflichten und seinen Endzweck zu untersuchen. Alle diese Wunder sind seit wenigen Generationen aufs Neue ans Licht gebracht worden. Europa war wieder in die Barbarei der ersten Zeiten zurückgefallen. Die Völker dieses jetzt so aufgeklärten Weltteiles lebten vor einigen Jahrhunderten in einem Zustande, der noch ärger war als die Unwissenheit selber. Ich weiß nicht, was für ein gelehrtes Gewäsch, das noch verächtlicher als die Unwissenheit war, unbilligerweise den Namen der Wissenschaft an sich gerissen hatte und ihrer Wiederkehr ein fast unüberwindliches Hindernis in den Weg legte. Es war eine Umwälzung nötig, um die Leute wieder zur gesunden Vernunft zu bringen. Diese erfolgte endlich von einer Seite, woher man es am wenigsten vermutet hätte. Der dumme Muselmann, diese ewige Geißel der Wissenschaften, war es, der sie unter uns wieder aufleben ließ. Der Fall des konstantinischen Thrones brachte die Überbleibsel des alten Griechenlandes nach Italien. Frankreich bereicherte sich ebenfalls an dieser kostbaren Beute. Die Wissenschaften folgten bald darauf der Literatur. Mit der Kunst zu schreiben, verband sich die Kunst zu denken. Eine Ordnung, die seltsam scheint und die vielleicht nur gar zu natürlich ist. Und man fing an, innezuwerden, dass der Hauptvorteil aus dem Umgang mit den Musen darin bestand, dass sie die Leute geselliger machten, indem sie ihnen das Verlangen einflößten, einander durch Werke zu gefallen, die ihres gegenseitigen Beifalls würdig waren. Der Geist hat seine Bedürfnisse, wie auch der Körper. Die Bedürfnisse des Körpers sind das Fundament der Gesellschaft, die anderen aber das Vergnügen derselben. Während die Regierung und die Gesetze für die Sicherheit und Wohlfahrt der versammelten Menschen wachen, breiten die Wissenschaften, die Literatur und die Künste, die weniger despotisch, vielleicht aber desto mächtiger sind, über die ihnen angelegten Ketten Blumenkränze aus, ersticken in ihnen diese Empfindung jener ursprünglichen Freiheit, um deret Willen sie doch geboren zu sein schienen. Lassen sie ihre Sklaverei lieben und formen aus ihnen, was man gesittete Völker nennt. Die Notwendigkeit erbaute die Throne. Die Wissenschaften und die Künste haben sie befestigt. Ihr Mächte der Erde liebt die natürlichen Fähigkeiten und schützt die, welche an ihrer Verbesserung arbeiten. Ihr gesitteten Völker verbessert sie. Glückliche Sklaven, ihr verdankt ihnen diesen zarten und feinen Geschmack, dessen ihr euch rühmt, diese sanfte Gemütsart und diese Höflichkeit der Sitten, die den Umgang bei euch so vertraulich und so leicht macht, mit einem Wort, den Schein aller Tugenden, wenn gleich ihr keine einzige davon wirklich besitzt. Durch eben diese Art der Höflichkeit, die desto liebenswürdiger wird, je weniger sie sich zu zeigen sucht, taten sich einst Athen und Rom zu den Zeiten hervor, da ihre Pracht und ihr Glanz in so großem Rufe standen. Eben sie macht es auch ohne Zweifel, dass unser Jahrhundert und unsere Nation vor allen Zeiten und vor allen Völkern den Vorzug haben werden. Ein philosophischer Ton ohne Pedanterie, natürliche und dabei doch einnehmende Manieren, die von der deutschen Grobheit und von der Art der ultramontanen Pantomime gleich weit entfernt sind. Dies sind die Früchte des Geschmacks, den wir durch gute Studien erlangt und durch den Umgang mit anderen vervollkommnet haben. Wie angenehm wäre es, unter uns zu leben, wenn das äußerliche gesetzte Wesen jederzeit das Bild der Beschaffenheit unseres Herzens wäre, wenn Anstand tugend wäre, wenn unsere Maximen uns zur Richtschnur dienten, wenn die wahrhafte Philosophie von dem Titel eines Philosophen nicht zu trennen wäre. Allein so viele treffliche Eigenschaften sind selten beieinander und die Tugend macht niemals so viel Aufsehen. Ein kostbarer Aufzug kann einen begüterten Menschen und Zierlichkeit einen Menschen von Eleganz anzeigen. Ein gesunder und starker Mensch gibt sich durch andere Merkmale zu erkennen. Die Stärke und die Kraft des Körpers wird man unter dem bäurischen Kittel eines Landmannes, nicht aber unter dem mit Gold besetzten Kleid eines Höflings finden. Die äußerliche Pracht ist der Tugend, welche die Stärke und die Kraft der Seele ist, nicht weniger fremd. Ein redlicher Mann ist ein Kämpfer, der am liebsten Nacken streitet. Er verachtet allen eitlen Putz, welcher den Gebrauch seiner Stärke behindern würde und der größtenteils nur dazu erfunden wurde, um einige Missbildungen zu verbergen. Ehe uns noch die Kunst geschickte Manieren gelehrt und unseren Leidenschaften eine gekünstelte Sprache in den Mund gelegt hatte, waren unsere Sitten bäurisch, aber natürlich. Und die Verschiedenheit des Verhaltens verriet auf den ersten Blick die Verschiedenheit der Gemütsarten. Die menschliche Natur war im Grunde nicht besser, aber die Menschen fanden ihre Sicherheit darin, dass sie einander leicht durchschauten. Und dieser Vorteil, dessen Wert wir nicht mehr erkennen, ersparte ihnen viele Laster. Heutzutage aber, da spitzfindigere Untersuchungen und ein feinerer Geschmack die Kunst zu gefallen auf Grundsätze beschränkt haben, herrscht in unseren Sitten eine niederträchtige und betrügerische Einförmigkeit. Und alle Gemüter scheinen nach ein und demselben Muster zugeschnitten zu sein. Die Höflichkeit fordert ohne Unterlass, der Anstand befiehlt, man folgt beständig dem Allgemeinen, niemals seinem eigenen Sinne. Man wagt nicht mehr, als derjenige angesehen zu werden, der man wirklich ist. Und unter diesem beständigen Zwange müssen die Menschen, welche die Herde, die man Gesellschaft nennt, bilden und sich in einerlei Umständen befinden, alle dieselben Dinge tun, wenn nicht stärkere Beweggründe sie davon abhalten. Man weiß daher niemals recht, mit wem man es zu tun hat. Man muss also, wenn man seinen Freund erkennen will, besondere Gelegenheiten, das heißt, bis die Zeit dafür vorbei ist, abwarten, denn eben für diese Gelegenheiten wäre es notwendig, ihn zuvor erkannt zu haben. Was für ein Schwarm von Lastern wird doch diese Ungewissheit begleiten. Es gibt keine aufrichtige Freundschaft mehr, keine wirkliche Hochachtung, kein rechtes Vertrauen. Argwohn, Verdacht, Furcht, Kälte, Zurückhaltung, Hass und Verrat werden sich beständig unter diesem einförmigen und falschen Deckmantel der Höflichkeit, unter dieser so gerühmten Feinheit des Betragens verbergen, die wir der Aufklärung unseres Zeitalters zu danken haben. Man wird zwar den Namen des Herrn der Welt nicht nur durch Flüche entheiligen, man wird ihn aber durch Lästerungen beschimpfen, ohne dass unsere empfindlichen Ohren dadurch beleidigt werden. Man wird nicht sein eigenes Verdienst rühmen, doch aber das Verdienst eines anderen herabsetzen. Man wird seinen Feind nicht gröblich schmähen, man wird ihn nur geschickt verleumden. Der gegenseitige Hass der Völker wird verlöschen, zugleich aber auch die Liebe zum Vaterlande. Man wird einen gefährlichen Pyronismus an die Stelle der verachteten Unwissenheit setzen. Einige Ausschweifungen wird man verbannen, einige Laster werden schimpflich sein, andere aber wird man mit dem Namen der Tugend belegen. Diese wird man entweder annehmen oder wenigstens so tun müssen, als besäße man sie. Rühme wer will, die Mäßigkeit der heutigen Weisen, ich meines Teils sehe darin eine feine Unmäßigkeit, die von mir ebenso wenig wie ihre gekünstelte Einfachheit gelobt zu werden verdient. So ist die Reinheit beschaffen, die unsere Sitten erlangt haben. So ist es zugegangen, dass wir redliche Leute geworden sind. Die Literatur, die Wissenschaften und die Künste müssen das wieder beanspruchen, was ihnen bei einem so heilsamen Werke zukommt. Ich will nur noch eine Betrachtung hinzufügen. Wenn ein Bewohner einer entlegenen Gegend sich aufgrund des Zustandes unserer Wissenschaften, der Vollkommenheit unserer Künste, der guten Sitten in unseren Schauspielen, der Höflichkeit unserer Manieren, der Freundlichkeit unserer Reden, unserer unaufhörlichen Versicherungen der Wohlgewogenheit und des lärmenden Zusammenströmens von Leuten jeglichen Alters und jeglichen Standes, die von früh bis spät eifrigst bestrebt scheinen, sich einander Dienste zu erweisen, wenn er sich aufgrund all dessen einen Begriff von den Sitten der Europäer machen wollte, so würde, sage ich, dieser Fremdling unsere Sitten gerade für das Gegenteil dessen halten, was sie wirklich sind. Wo keine Wirkung ist, da ist auch keine Ursache zu suchen. Allein hier ist die Wirkung gewiss, die Verderbtheit wirklich. Und je mehr unsere Seelen verdarben, desto vollkommener sind unsere Wissenschaften und Künste geworden. Kann man sagen, dass dies ein unseren Zeiten eigentümliches Unglück sei? Nein. Die Übel, welche unsere eitler Wissbegierde verursacht hat, sind so alt wie die Welt. Das tägliche Steigen und Fallen des Meeres richtet sich nicht genauer nach dem Laufe des Mondes als der Zustand der Sitten und der Redlichkeit nach dem Fortschritt der Wissenschaften und Künste. Je mehr deren Licht über unserem Gesichtskreise aufging, desto mehr entfernte sich die Tugend, und eben diese Erscheinung ist zu allen Zeiten und überall wahrgenommen worden. Betrachtet Ägypten, diese älteste Schule der Welt, diesen unter einem unerbittlichen Himmel so fruchtbaren Landstrich, dieses so berühmte Land, aus dem Sesostris einst auszog, die Welt zu erobern. Es wurde die Mutter der Philosophie und der schönen Künste und kurze Zeit danach ein Raub des Kambüses, dann der Griechen, der Römer, der Araber und schließlich der Türken. Betrachtet Griechenland, welches ehedem von Helden bewohnt wurde, die zweimal Asien, einmal vor Troja und das andere Mal auf ihrem eigenen Boden bezwangen. Die Gelehrsamkeit hatte in ihrem Ursprunge die Einwohner Griechenlands noch nicht verdorben, aber dem Fortschritt der Künste folgte gar bald die Entachtung der Sitten und das mazedonische Joch und das stets Gelehrte, das stets Wollestige, das stets Sklavische Griechenland empfand, dass es bei all seinen Veränderungen bloß andere Herren bekam. Demosthenes konnte mit all seiner Beretsamkeit keineswegs einen Körper wiederbeleben, den die Wollust und die Künste entkräftet hatten. Rom durch einen Hirten gebaut und von Ackersleuten berühmt gemacht worden, fing um die Zeiten des Ennius und des Terrens an abzusinken. Aber nach dem Ovid, dem Katull, dem Martial und einer Menge anderer unflätiger Schriftsteller, deren bloßer Name die Schamhaftigkeit schreckt, wurde Rom dies einstige Heiligtum der Tugend, ein Schauplatz der Laster, ein Schandfleck der Völker und ein Spiel der Bavaren. Diese Hauptstadt der Welt geriet schließlich unter das Joch, welches sie so vielen Völkern auferlegt hatte, und auf den Tag ihres Falls folgte der, an welchem man einen von ihren Bürgern zum Richter des guten Geschmacks machte. Was soll ich von der Hauptstadt des morgenländischen Kaisertums sagen, die ihrer Lage nach die Hauptstadt der ganzen Welt sein zu müssen schien? Von dieser Freistadt der Wissenschaften und Künste, die aus dem übrigen Teile Europas vielleicht mehr aus Klugheit als aus Barbarei waren vertrieben worden. Die schändlichsten Ausschweifungen und Verderbtheiten, die finstersten Betrügereien, Meuchelmorde, Vergiftungen und die schrecklichste Ansammlung aller Laster, dies macht den Inhalt der Geschichte von Konstantinopel aus. Dies ist die reine Quelle, aus der uns die Einsichten zugeflossen sind, deren sich unser Jahrhundert rühmt. Allein warum suchen wir in den ältesten Zeiten Beweise einer Wahrheit, deren fortdauernde Zeugnisse wir vor Augen haben? Es gibt in Asien ein unermessliches Reich, wo die Gelehrsamkeit geschätzt wird und zu den höchsten Ämtern im Staate führt. Wenn die Wissenschaften die Sitten läuterten, wenn sie die Menschen lehrten, ihr Blut für das Vaterland zu vergießen, wenn sie den Mut weckten, dann müssten die Völker Chinas klug, frei und unüberwindlich sein. Allein wenn sich kein Laster findet, welches sie nicht beherrscht, kein Verbrechen, welches ihnen nicht vertraut ist, wenn weder die Einsichten der Minister noch die vorgebliche Weisheit der Gesetze noch die Menge der Einwohner dieses großen Reiches dasselbe vor dem Joche der unwissenden und rohen Tataren haben schützen können. Wozu denn haben ihm alle seine Gelehrten gedient? Was für einen Vorteil hat es von den Ehrenbezeugungen gehabt, womit die Gelehrten überhäuft wurden, vielleicht diesen, dass es mit Sklaven und Bösewichtern bevölkert ist. Wir wollen diesen Schilderungen das Bild der Sitten jener wenigen Völker entgegenstellen, welche von dieser ansteckenden Seuche eitler Kenntnisse freigeblieben, durch ihre Tugend, ihr eigenes Glück befördert und anderen Nationen zum Muster gedient haben. Von dieser Art waren die ersten Perser, ein außerordentliches Volk, bei welchem man die Tugend lernte, wie man bei uns die Wissenschaften lernt, welches sich Asien mit so leichter Mühe unterwarf und dem ganz allein die Ehre zuteil wurde, dass die Beschreibung seiner Einrichtungen für einen philosophischen Roman gehalten worden ist. Von dieser Art waren die Skyten, von welchen so prächtige Lobsprüche auf uns gekommen sind. Von dieser Art waren die Germanen, deren Einfalt, Unschuld und Tugenden eine Feder mit Vergnügen geschildert hat, welche die Laster und die Abscheulichkeiten eines gelehrten, reichen und wollestigen Volkes zu schildern müde war. So war selbst Rom gewesen, solange es noch arm und unwissend war. So hat sich schließlich bis auf unsere Zeit jenes bäuerische Volk gezeigt, welches für seinen Mut, der durch keine Not gebrochen und für seine Treue, welche durch das schlechte Beispiel anderer nicht verdorben werden konnte, so gerühmt wird. Ich wage nicht, von jenen glücklichen Völkern zu sprechen, welche jene Laster, die wir nur mit so vieler Mühe im Zaum erhalten können, nicht einmal dem Namen nachkennen. Von jenen Wilden in Amerika, deren einfache und natürliche Ordnung Montaigne ohne Bedenken nicht allein den Gesetzen des Plato, sondern sogar allem vorzieht, was nur jemals die Philosophie an vollkommenstem zur Regierung der Völker ersinnen kann. Er führt noch eine Menge anderer Beispiele an, die bei demjenigen, welcher sie bewundern kann, gewiss großen Eindruck machen. Allein, was hilft, sagt er, sie tragen keine Beinkleider. Diese Völker haben den Übungen des Verstandes keineswegs aus Dummheit andere vorgezogen. Sie haben gar wohl gewusst, dass in anderen Gegenden müßige Leute ihr Leben damit verbrachten, über das höchste Gut, über das Laster und über die Tuben zu streiten und dass stolze Schwätzer sich selbst die größten Lobreden hielten und alle anderen Völker zusammen mit dem verächtlichen Namen der Barbaren belegten. Allein, sie haben die Sitten derselben betrachtet und gelernt, ihre Gelehrsamkeit zu verschmähen. Könnte ich wohl vergessen, dass im Herzen Griechenlands sich jene Stadt erhoben hat, die sowohl wegen ihrer glücklichen Unwissenheit als auch durch die Weisheit ihrer Gesetze so berühmt ist, diese Republik, deren Bürger mehr Halbgötter als Menschen gewesen, so sehr schienen ihre Tugenden die menschliche Natur zu übersteigen. O Sparta, ewiger Schandfleck für eine eitlige Gelehrsamkeit! Während sich die Laster, geführt von den schönen Künsten, im Verein in Athen einschlichen, während ein Tyrann da selbst mit so viel Sorgfalt die Werke des Dichterfürsten sammelte, vertriebst du die Künste und Künstler, die Wissenschaften und die Gelehrten aus deinen Mauern. Der Erfolg hat diesen Unterschied gezeigt. Athen wurde der Sitz der Höflichkeit und des guten Geschmackes, der Aufenthalt der Redner und Philosophen. Die Schönheit der Gebäude stimmte mit der Schönheit der Sprache überein. Man erblickte allenthalben Marmor und Leinwand, belebt durch die Hände der geschicktesten Meister. Aus Athen sind jene erstaunlichen Werke gekommen, welche in allen verderbten Zeitaltern als Muster dienen sollten. Das Bild von Lakedämon ist weniger prächtig. Dort, sagten die anderen Völker, werden die Leute tugendhaft geboren und es scheint, als atme man in diesem Land die Tugend mit der Luft selbst ein. Von ihren Einwohnern ist nichts als das Andenken ihrer heldenmütigen Taten übrig. Sollten wir dergleichen Denkmäler nicht ebenso hoch schätzen, als die vortrefflichen Marmor-Bilder, welche uns Athen hinterlassen hat. Es ist wahr, einige Weise haben sich an dem Aufenthalte der Musen wieder den Strom gestemmt und sich vor dem Laster gehütet. Allein man höre das Urteil, welches der weiseste und unglücklichste unter ihnen über die Gelehrten und Künstler seiner Zeit gefällt hat. Ich habe, spricht er, die Dichter genau betrachtet und halte sie für Leute, deren Geschicklichkeit sowohl sie selbst als auch andere betrügt, die sich für Weise ausgeben, die man dafür hält und die gleichwohl nichts weniger als dieses sind. Von den Dichtern, fährt Sokrates fort, bin ich zu den Künstlern gegangen. Niemand war in den Künsten unerfahrener als ich. Niemand glaubte gewisser als ich, die Künstler müssten sehr schöne Geheimnisse besitzen. Gleichwohl habe ich bemerkt, dass es mit ihnen nicht besser als mit den Dichtern steht und dass die einen wie die anderen einerlei Vorurteil hegen. Sie halten sich für die weisesten Leute, weil die geschicktesten unter ihnen in ihrer Art vortrefflich sind. Diese Einbildung hat ihr Wissen in meinen Augen gänzlich getrübt. So geschah es, dass ich, als ich statt des Orakels mich selbst fragte, was ich am liebsten sein wollte, entweder was ich bin oder was sie sind, das heißt, ob ich lieber wissen wollte, was sie gelernt oder lieber wissen, dass ich nichts weiß, mir selbst und dem Gotte die Antwort gab, ich will bleiben, was ich bin. Die Sophisten, die Dichter, die Redner, die Künstler wissen ebenso wenig als ich, was war, was gut und was schön ist, allein mit dem Unterschied, dass diese Leute alle, obgleich sie nichts wissen, dennoch etwas zu wissen glauben, während ich, obgleich ich nichts weiß, doch daran ganz und gar nicht zweifle. So besteht also die ganze Überlegenheit an Weisheit, welche mir das Orakel zugestanden, bloß darin, dass ich vollkommen überzeugt bin, ich wisse das nicht, was ich nicht weiß. Hier sehen wir also, dass der nach dem Urteil der Götter Weiseste unter den Menschen und der nach Meinung aller Griechen Gelehrteste unter den Athenern, Sokrates, die Unwissenheit rühmt. Glaubt man etwa, unsere Gelehrten und unsere Künstler brächten ihn auf andere Gedanken, wenn er mitten unter uns wieder auferstehen sollte? Nein, dieser rechtschaffende Mann würde fortfahren, unsere eitlen Wissenschaften zu verachten, er würde den Haufen Bücher mitnichten vergrößern, mit welchen man uns von allen wirklich getan, seinen Schülern und unseren Enkeln nichts als das Beispiel und das Andenken seiner Tugend. Dies freilich ist die schönste Art, die Menschen zu unterrichten. Sokrates hatte in Athen angefangen und der ältere Kato fuhr in Rom fort, voller Ingrimm, die gekünstelten und spitzfindigen Griechen zu schmähen, welche die Tugend verführten und den Mut seiner Mitbürger aufweichten. Allein die Wissenschaften die Künste und die Dialektik behielten dennoch wieder die Oberhand. Rom füllte sich mit Philosophen und Rednern, man vernachlässigte die Kriegszucht, man verachtete den Ackerbau, man hing Sekten an und vergaß darüber das Vaterland. Auf die heiligen Namen der Freiheit, der Uneigennützigkeit, des Gehorsams gegenüber den Gesetzen folgten die Namen des Epikur, des Zenon, des Akisillas. sind die rechtschaffenen Leute verschwunden. Bis dahin hatten sich die Römer begnügt, die Tugend auszuüben. Als sie aber anfingen, sie zu erforschen, war alles verloren. O Fabritius, was hätte deine große Seele gedacht, wenn du zu deinem Unglücke wieder lebendig geworden wärst und die Pracht des durch deinen Arm erretteten Rom gesehen hättest, welches durch deinen verehrungswürdigen Namen mehr als Ihr Götter, hättest du gesagt, wo sind jene Strohhütten und jene bäurischen Herde, in welchen vormals Mäßigkeit und Tugend wohnten? Was für eine traurige Herrlichkeit ist auf die alte römische Einfalt gefolgt? Was ist dies für eine fremde Sprache? Was bedeuten jene Bildsäulen, jene Gemälde, jene Gebäude? O ihr Wahnsinnigen, was habt ihr getan? Ihr, die Beherrscher der Völker, habt euch zu Sklaven jener liederlichen Menschen gemacht, die ihr besiegt hattet? Sind's Redner, die euch regieren? Habt ihr Griechenland und Asien bloß darum mit eurem Blute benetzt, um Baumeister, Maler, Bildhauer und Possenreißer zu bereichern? Die Beute von Kartago fällt einem Flötenspieler in den Schoß? Ihr Römer eilt, diese Amphitheater niederzureißen, zerschmeißt diese Marmorfiguren, verbrennt diese Gemälde, vertreibt die Sklaven, die euch unterjochen und deren unselige Künste euch verderben. Andere Hände mögen sich durch nichtige Künste mit Ruhm bedecken, die einzige Kunst, die sich für Rom schickt, ist, die Welt zu bezwingen und der Tugend darin die Herrschaft zu bereiten. Als Kineas unseren Senat für eine Versammlung von Königen ansah, war er weder durch eitle Pracht noch durch gesuchte Eleganz geblendet. Er hörte dort keineswegs jene nichtige Beretsamkeit, dieses Bemühen und den Reiz nichtswürdiger Menschen. Was sah denn also Kineas so Majestätisches? O ihr Bürger! Er sah ein Schauspiel, welches weder eure Reichtümer noch alle eure Künste jemals bieten werden, das schönste Schauspiel, das man jemals unter der Sonne erblickt, die Versammlung von zweihundert tugendhaften Männern, welche Rom und die ganze Welt zu regieren würdig waren. Allein wir wollen aus diesen so entfernten Orten und Zeiten in unsere Gegenden zurückkehren und das betrachten, was vor unseren Augen geschehen ist. Oder wir wollen vielmehr die verhassten Gemälde entfernen, welche unser Zartgefühl verletzen. Und uns die Mühe ersparen, dasselbe unter andern Namen zu wiederholen. Ich habe den Geist des Fabritius nicht umsonst angerufen. Und was habe ich diesem großen Mann sagen lassen, welches ich nicht auch Ludwig dem Zwölften oder Heinrich dem Vierten hätte in den Mund legen können? Es ist wahr, bei uns hätte Sokrates keineswegs das Gift getrunken. Allein er hätte einen weit bittern als der Tod selbst gewesen wäre. Hier sehen wir also, wie Luxus, Ausschweifungen und Sklaverei allezeit die Strafe der stolzen Bemühungen gewesen sind, durch welche wir uns aus der glücklichen Unwissenheit, in die uns die ewige Weisheit versetzt hatte, herauszureißen suchten. Der dichte Schleier, hinter welchem sie alle ihre Wirkungen verborgen hat, schien uns hinlänglich daran zu erinnern, dass sie uns nicht zu eitlen Untersuchungen bestimmt hat. Allein haben wir uns auch nur eine ihrer Lehren zunutze gemacht oder uns ungestraft aus dem Sinn geschlagen. Ihr Völker wisset also, dass euch die Natur vor der Wissenschaft hat bewahren wollen, so wie eine Mutter ihrem Kind eine gefährliche Waffe aus den Händen reißt, dass alle die Geheimnisse, welche sie vor euch verbirgt, ebenso viele Übel sind, vor denen sie euch bewahrt, und dass die Mühe, welche euch das Lernen kostet, nicht die geringste ihrer Wohltaten ist. Die Menschen sind verderbt, allein sie wären noch ärger, wenn sie zu ihrem Unglücke gelehrt geboren würden. O Tugend, erhabene Wissenschaft schlichter Seelen, bedarf es denn so vieler Mühe und so vieler Anstalten, dich kennenzulernen? Sind deine Grundsätze nicht in alle Herzen gegraben und ist es nicht, um deine Gesetze zu erlernen genug, dass man in sich gehe und auf die Stimme des Gewissens höre, wenn die Leidenschaften schweigen? Dies nun ist die wahre Philosophie. Wir wollen lernen, uns damit zu begnügen. Und ohne auf den Ruhm der berühmten Männer neidisch zu sein, welche sich in der Unterschied zu machen, welchen man ehedem zwischen zwei großen Völkern beobachtete. Das eins von ihnen wohl zu reden, das andere wohl zu handeln wußte.